Ich rauch ja eigentlich nur fürs Fernsehen, ne? Ja, ist klar. Ja, natürlich. Natürlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Achso. Es ist eine Wesigkeit hier. Na ja, Wesigkeit. Es muss doch machen, nicht Spaß machen. Also man denkt sofort, man kommt her und denkt sich, das macht Spaß. Ja, diese... Das ist mein Spielplatz. Ja, absolut. Kann ich sofort nachvollziehen. Aber ich bin total beeindruckt und wahnsinnig begeistert. Ja, aber das ist erst mal ab, wenn wir uns in den Untergrund gehen. Ja, unbedingt. Da, da. Weil dort habe ich Sie Feuer. Ich habe Feuer. Ah, Sie habe Feuer. Rauchen Sie? Wie ein Schluch. Wollte Sie eine Zigarre? Nee, nee. Ich rauche lieber Zigarre. Das ist etwas zu sein. Aber das sieht irre aus. Also als wäre es so, noch mal so ein ganz anderes Leben hier unten. Irgendwelche, irgendwelche ganz seltsamen... Und das ganze Gelände, das sind ja, ich glaube 50 Hektar jetzt, sind mit Tunnels durchzogen. Woher kommt die Liebe zu tun, ne? Naja, wie sie... Also eben, das kann man nicht erforschen. Ich bin ja hierher gekommen und das war ja ein Fehler, ne? Das ist ein schöner Antrag. Ich bin immer... Meinen Frauen gefolgt, ne? Ja. Und die wollte in Deutschland nicht sein, die war Österreicherin. Ja. Und hat gesagt, da hältst du das nicht aus. Ja. Dann bin ich nach Frankreich und hier, das ist eine schöne Landschaft hier. Ja, wahnsinnig. Das sagt mir nichts, ne? Das ist für mich kein Material. Ja. Und dann habe ich angefangen zu buddeln. Ja, ich bin da auch nicht voraussuchen. Sehr gut. Ja, das mit der Natur ist immer so ein Problem. Ihr sagt es auch überhaupt nichts. Ich fahre da so durch und denke, ja, es ist wahnsinnig toll hier, aber hauptsache die Klimaanlage funktioniert. Ich habe überhaupt nicht dieses Gefühl, man muss jetzt aussteigen. Aber das ist schon wirklich beachtlich. Ja, wir können ja mal in ein anderes Tunnel reingehen, wenn Sie wollen. Ja, unbedingt. Also, ich bin sehr für Tunnel. Da habe ich verschiedene Türme gebaut. Die sind gebossen, ne? Mit Blei verbossen. Da droppt immer Blei herunter und baut dann so ein steller Kind auf. Also, wenn ich die Schriftsteller wäre, würde ich sofort mit ihnen tauschen. Aber nur das machen. Nur diese Sachen. Die anderen kann ich nicht. Aber die sind so toll. Ich habe jetzt gerne diese Grenzfälle. Ich habe jetzt eine Arbeit gemacht in Paris. Und zwar mit Blättern. So ganz viele Blätter hängen da runter. Und eine Waage unten. Wenn man die Blätter dreht. Ja. Weil im Herbst dreht sich die Erde schneller. Um 0,06 Sekunden. Wussten Sie das? Nein. Das habe ich dir ausgerechnet. Ja. Weil das ist wie bei einer Ballerina. Wenn die die Arme anzieht, dreht sie sich ja schneller. Ja, klar. Und weil dann, das sind ja mehrere Tonnen, diese Blätter im Herbst. Ja, ja. Und die sind dann mehr zum Erdmittelpunkt hier. Das ist der Grund? Ja, jetzt habe ich die ausgerechnet. Das ist fantastisch. Wunderbar. Ganz wunderbar. Lassen Sie uns wieder in die Tunnel gehen. Das ist am besten. Okay. Das hier ist ein bisschen schon, aber zu. Das ist sehr interessant. Ja, ja. Es wird schon so, wenn es so viel regnet, entsteht hier das Wasser. Und dann, wenn es weggeht, dann wächst das Wasser. Das ist nicht immer so, dass Farn wächst. Manchmal ist es auch leer. Und da hatte ich mal, das sieht man jetzt nicht mehr so, da hatte ich einen Flygletscher, der da unten geht. Das hätte ich mal machen für die BBC, da habe ich eine Aktion gemacht. Und da habe ich da hinten die Fly gegossen. Ja. Dann ist es da runtergelaufen, den Berg. Das war dann wie ein Gletscher. Ja. Haben Sie mal so eine Statistik gemacht über Ihren Bleiverbrauch? Nee, aber das sind, ich weiß nicht, das sind vielleicht tausend Freunden. Richtig, ja. Das ist jetzt der Sternenzwein. Da fallen Sie die einen wieder runter. Und die Sternenzwein, bitte. Nein, aber das ist ganz toll. Das war nicht sehr genau. Und, und, um das nochmal, das sind Ziffern. Sie müssen mal die Ziffern, die Herr Kiefer von der NASA bekommen hat. Ja. Sie treten da auf die Sterne. Das ist Ihnen schon klar, ja. Es ist auch exakt so, wie ein Kind das gerne hat, ja. Also, ein viel, ja, beweglich und übereinander. Also, das ist sozusagen das. Ja, man assoziiert sofort das Meer. Sofort. Und die verschiedenen Etagen. Sofort da, genau. Und ich denke natürlich auch an die. Wolfsrudel ist es, glaube ich. Ja, 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 ja. Das unterscheidet, also das ist ein Unterschied zwischen uns beiden. Wenn ich eine Geschichte schreibe, muss ich ein Konzept vorher haben. Und das muss sozusagen fertig sein, weil sonst die Geschichte entgleitet und irgendein Quatsch wird. Aber bei Ihnen ist sie schon vorher schon? Im Kopf, ja. Und bei mir ist es immer. Genau. Und das merkt man, dass sozusagen so am Anfang die Lust steht, das zu machen. Und dann macht man es und verendet es und so weiter. Und dann ist es, irgendwann ist es fertig und dann denkt man, was es sein kann. Ja, genau. Und das ist eigentlich der interessantere Prozess, weil er im Grunde genommen den Menschen viel mehr entspricht. Wir müssen jetzt mal irgendwann ausmachen, sonst können wir uns überhaupt nicht unterhalten. Wenn Sie wollen, können Sie es jetzt mal filmen, ja. Ah, hier. Das sind wir jetzt wieder. Und das ist aber auch ein, es ist zunächst ohne Plan entstanden. Völlig ohne Plan. Völlig ohne Plan. Ja. Messe? Ja. Jeden Morgen. Ah, nein. Ich war Messdiener und ich habe das auswendig, glaube ich, mit meiner Mutter. Die ganze Messe. Oh ja, das ist natürlich auch ganz, ganz bekannt. Ich habe das mal, genau das, es ist auch ein bisschen, also ein bisschen ist das auch unser Schlafsaal in St. Blasien, könnte man es auch nennen. Sie waren im Internat, gell? Ja, ja, ja. Ich bin mit neun dorthin gekommen. Ja, das ist noch, ja. Und habe es überlebt. Und habe es überlebt. Aber da waren es 30 solcher Betten in einem Ding und auch so angeordnet. Und zwischen ihnen stand ein Nachttisch. Und das ist natürlich das Tolle, auch bei Ihren Sachen, dass man sich nicht an die Begriffe halten muss, die Sie ihm geben. Ja, man kann auch andere Begriffe dafür finden. Ja, ist frei. Ist frei, genau. Und man macht einfach weiter. Eigentlich muss man immer hier unten sein. Wir müssen die ganze Sendung hier unten machen. Ja, es ist wirklich verrückt. Und hier gehen wir jetzt immer weiter hier. Wir können jetzt weiter, wenn Sie wollen. Ja, ich muss unbedingt durch diese. Wo sind hier das Licht? Hier gibt es keins mehr. Doch, doch, da muss irgendwo Licht sein. Können Sie noch filmen? Das sind immer so Fotos im Meer. Und dann wurde die in das Bad reingetaucht. Salinen sind das, oder? Ja. Ich mag diese Farben aber gern. Und die sind, wie sind die entstanden? Durch die Elektrolyse. Das ist Elektrolyse. Das heißt, da war zunächst das Blei und das Foto da drauf. Und dann habe ich das in ein großes Becken getaucht. Ja. Und das braucht ein unheimlich viel Ampere für die Elektrolyse. Und dann wandern die Ionen von dem Kupfer zum Blei hin. Genau. Und setzen sich da ab. Ja. Und dann nehme ich es wieder raus. Diese Farbe, das Grün, kann ich gar nicht malen. Das ist sowas Schönes. Ja, unmöglich, genau. Das weiß ich, aus Erfahrung. Aber ich bin dann überrascht. Und ich arbeite nur, damit ich überrascht werde. Sonst würde ich ja nicht arbeiten. Aber was ich hier zum ersten Mal wirklich vollkommen und ganz klar begreife, das ist die Freude an der Herstellung. Das ist ja. Es ist anstrengend und wahnsinnig kompliziert und mühsam. Aber es muss ja eine irre Freude sein. Das Mühsame ist nur die Entscheidung. Ob man es verwirft oder ob man weitermacht. Genau. Das andere ist ja, das läuft ja. Ja. Und die Frage, wozu, gibt es gar nicht. Es gibt ja den Unterschied zwischen dem Ritus und dem Spiel. Ja. Und das ist Spiel. Genau. Und wenn es sich dann verfestigt, dann wäre es ein Ritus. Genau. Und dann wäre es auch langweilig. Und das vermeide ich. Ja. Weil das Spiel ist ja immer, das Spiel geht ja immer, nicht auf die Vergangenheit zurück, sondern das Spiel ist immer jetzt, ne? Wie ein Kind. Ja, genau. Der leere Raum. Ja. Und hier hast du. Ja. Also ich gebe dir jetzt den großen Schaufelbagger. Ja. Mach was. Und genau das ist das. Das verstehe ich vollkommen. Weil es sozusagen das Spiel mit der Welt ist, ja? Und dann danach ins All. Man muss ja immer groß denken, ne? Ja. Sonst ist ja nichts, ne? Absolut. Ne, absolut. Ja. Sonst wird es, das steigen sie raus, sonst wird es so Deutsch leer. Ja, ja. Ja, das kann man das nicht machen. Das sind die ganzen, das waren die Tunnels, die wir runter und da waren da Türme und da konnte man da hochschauen. Dazu haben Sie ja auch mal gesagt, dass Sie Ruinen gern haben. Weil ich bin da drin aufgewachsen. Weil Sie in den Ruinen aufgewachsen sind. Ich bin ja, ich bin ja geboren worden, noch im Krieg und in der Nacht, als ich im Keller von dem... 43 oder 45. März 45, ja. Und da wurde Dona Eschi ziemlich stark gebombt und in der Nacht, wo ich geboren wurde, ist unser Haus gebombt worden. Ach was. Und ich habe dann immer in dem Haus, in den Trümmern gespielt. In den Trümmern gespielt, ja. Also für mich hat Trümmer überhaupt nichts Schlimmes. Ja. Für mich ist Trümmer das Selbstverständlichste. Ja. Wie lange waren Sie in Dona Eschi? Sechs Jahre. Ja, bei meiner Großmutter bin ich aufgewachsen. Ich habe extra mir ein, ein, ein Gerät, ne, ich rauche nur Zigarren. Ja. Wer holt mir eine Zigarre? Haben Sie Zigarren da? Ja. Aber weil doch, das ist weit. Ein. Ich fand es im Tunnel angenehmer. Ja, der ist noch nicht fertig hier. Ach so, ja, jetzt sieht man langsam die Landschaft da, die Türme. Wie wird das, wie wird das gebaut? Also es sind immer solche L's, ne? Ja. Gebaut aus Containern, die ich gegeneinander gestellt habe und aufgefüllt mit Beton. Und mit den L spiele ich wie ein Kind mit Bauklötzen. Und dann nehmen Sie den Container weg und lassen das Beton... Und nehmen Sie weg und der Beton bleibt übrig. Und der Beton bleibt übrig. Es ist komplett verrückt. Es ist wirklich komplett verrückt. Einfach, ne? Das ist auch wirklich eine große Idee. Und das ist Kindheit einfach, ne? Ja, natürlich. Das ist Kindheit. Schauen Sie mal, der Himmel über den Ruinen. Das ist doch auch... Der Himmel ist heute sehr gut. Der Himmel ist Wahnsinn. Bitte, bitte filmen Sie den Himmel, der ist viel besser als ich. Und da wachsen die Sonnenblumen raus. Ja, ja. Das ist Ruinenstadt einfach. Ja. Für mich ist ein Beginn. Ja, alle Ruinen sind ein Beginn. Oh, da liegt das Glas noch. Ja, ja. Das habe ich extra hingelegt. Ah, das ist... Das ist... Das ist... Das ist jetzt eine Einheit. Ah, okay. Jetzt habe ich verstanden. Und das ist eine andere Einheit. Und die stelle ich immer so zusammen. Ach, okay. Sind Sie nicht froh um die Atmeu jetzt? Ja. Und ich habe da einen sehr süchtigen Kran. Das Glas ist... Das ist wahnsinnig gut. Ja. Das ist Schiberata-Kelim. Fantastisch. Den habe ich kürzlich gemacht. Das gibt mein höchster Turm. Und nach einer gewissen Höhe habe ich erst mal gesagt, jetzt warten wir mal ein paar Monate, ob der sich setzt. Ob der sich setzt. Und dann kommt das nächste. Ja. Der Kran muss ja aufgebaut werden. Ich habe einen Kran. Natürlich. Das muss so Spaß machen, mit diesem ganzen Zeug jeden Tag rumzumachen, oder? Ja, ja. Herrlich. Bei diesem Häuschen, da haben Sie dann, als das fertig war, erst drauf gehauen, damit das Loch da entsteht. Oder ist... Ne, das habe ich schon so vorher gehabt. Ich habe da so einen großen Vorschlaghammer, ne? Ja. Der ist auf einer Raupe, ne? Riesending. Und das ist wunderbar. Der attackiert das dann. Wenn das Fernsehen mal nicht mitkommt, dann komme ich mal einen Nachmittag und probieren wir alle Geräte aus. Ja. Ich sehe dafür. Der ist aber auch sehr hoch. Den kennen Sie noch gar nicht, Waltraud, ne? Der ist schön, ne? Sie sollten da hochklettern und das von oben filmen. Nein, dass Sie keine Drohne mitgebracht haben, Herr Armbruster. Ja, das ist natürlich... Schande. Es war ja so, dass bei den Griechen das Erhabene schrecklich war. Ja. Das hatte immer auch einen Schrecken in sich. Ja, aber ein Kunstwerk muss auch einen Schrecken in sich haben. Ganz genau. Sonst ist Dekoration, ja. Und wenn Sie sich das jetzt hier so anschauen, also so viel Späße wir da drüber machen, im Grunde genommen ist es ja, neben dieser ganzen Kraft zur Gestaltung und alles, hat es auch einen Schrecken. Ganz ohne Zweifel. Es ist bedrohlich. Ja, es ist bedrohlich in diesem unendlich schönen Abendhimmel. Ja. Und das ist das Erhabene. Ah, das Flugzeug. Ja. Ja, großartig. Ist ja der Titel da. Oh, das muss ich neu schreiben. Das heißt an sich Mohn und Gedächtnis. Ja, das hat aber kein Modell. Na, das ist ein Fighter, ne? Also so ein Jagdflugzeug. Ja, aber es ist kein echtes Jagdflugzeug drunter. Nein, nein, nein. Das habe ich gemacht. Genau, ja, genau. Und das ist jetzt auch kein Blei. Das ist jetzt, ich habe einen Klempner, der sammelt mir alle Dächer von Paris. diese Zinkbleche, ne? Ja. Und damit mache ich ganz tolle Sachen, weil das ist wunderbar. Das ist so alt, das Blech, ne? Ja. Großartig. Das sind die Bücher. Das sind alles. Und zwischendrin haben Sie immer so ... Das ist ein Karton. Weil sonst ist das zu dünn, ne? Ah, okay. Also da sieht man gar keine Seiten. Ja. Sondern sonst ist es ein Blog. Das Tolle ist übrigens, diese Bücher hier verkaufen sich erstens wesentlich besser als meine und zweitens kann man sie nicht klauen. Ja. Doch, doch. Die kann man klauen? Ich hatte hier unheimlich viele Probleme. Und dann kamen 15 Polizisten und habe da ringsherum kampiert. Weil in Frankreich gibt es ein Gesetz, wenn ein Kunstwerk attackiert wird, da muss man einschreiten, ne? Ja, sehr gut. Es ist ja völlig verrückt mit dem Rauchen, weil das Schlimme ist der Zucker, ne? Ja, das ist alles schlimm. Und das Fleisch ist schlimm. Und überhaupt das Atmen und das Leben, die Frauen, die ganze Welt ist schlimm, ja. Ich habe ja Kinder, also fünf, aber die zwei Kleinen, die sind 16 und 15. Ja. Und denen habe ich jeden Abend eins von ihren Geschichten. Wissen Sie, wo da die verschiedenen Fälle sind? Ja. Schulden. Der eine an der Heizung und dann kommt die Frau und macht den Strick weg und der dann durch die Stadt fährt und konnte nur verurteilt wegen erhöhter Geschwindigkeit. Ja, genau. Diese Geschichte. Ja. Ich habe das, Waltraud, ich habe das so gern gehabt. Ich habe gesagt, der von Schirach kommt. Dann habe ich gesagt, oh, Papa, Papa, gibt es wieder Geschichten? Aber diese Geschichten als Gute-Nacht-Geschichten hatten natürlich auch nochmal einen eigenen Reiz. Und Sie haben das vorgelesen? Ne, ich habe es erzählt. Sie haben es erzählt? Nein, solange höre die nicht zu. Ne, Waltraud, ist klar, die sind nicht mehr, die lesen keine Bücher mehr, ne? Nein, die lesen nicht mehr. Und ich habe die Geschichten dann erzählt. Es ist nicht ganz, komischerweise nicht ganz richtig. Also wir glauben immer, die Leute lesen nicht mehr, aber tatsächlich stimmt es nicht ganz. Es gibt einmal so eine Literatur, die gelesen wird, weil man mit der weggleiten kann. Ja, also so Fantasy, Romane, wo die Menschen so drin aufgehen und dann dieses normale Leben ertragen. Aber es wird sehr viel Literatur gelesen und man enttäuscht sich immer. Wir haben ja jetzt, also das macht mir so viel Sorge oder treibt mich um, wir haben ja jetzt überall auf der Welt diese sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter und so weiter. Und als die gegründet worden sind, wurde von den Gründern behauptet, die Technik sei neutral. Ja. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Technik ist darauf ausgerichtet, möglichst viel Traffic zu bekommen. Und den Traffic bekommen sie nur durch Empörung, durch Wut, durch Hass. Das schafft am meisten Aufmerksamkeit. Und dadurch geht das in eine Richtung, die enorm bedenklich ist. Und man muss eigentlich überlegen, eigentlich müsste man an dieser Stelle überlegen, was man dagegen tun kann, dass uns das überrollt. Weil das passiert immer mehr. Das hat sich in den letzten fünf Jahren, ist es zu etwas Grauenhaften aufgewachsen. Ja, ja, absolut. Schauen Sie mal, ist das nicht wunderbar jetzt? Jetzt ist es wirklich, filmen Sie das da drüben, das ist viel interessanter als wir. Haben wir eine Drohne oder sowas? Nein, leider nicht. Wissen Sie was, wenn man nämlich etwas höher wäre und man würde auf diese Flügel schauen, wäre es wie der Wanderer. Weiltraut, nächstes Mal lassen wir den Hubschrauber hier. Das ist jetzt so Natur, wie ich es gern mag. Ja. Auch weit genug weg. So, gehen wir bitte hinunter. Ich habe wenig Romantisches, aber es gibt bei den Romantikern das Verstummen. Und das ist dann doch möglich bei diesem Blick. Und da schlafen Sie manchmal? Da habe ich, als ich hier gewohnt habe, habe ich hier geschlafen und weil konnte ich da morgens, da waren die Bäume noch nicht so hoch, konnte ich die Berge sehen. Das war wichtig. Oh, Wahnsinn, ja. Man muss bei Ihnen immer sagen, Sie haben alles richtig gemacht. Oh. Naja, aber mit viel Probieren, ne? Ja. Darf ich fragen, was sind das für Nägel? Nein. Wirklich wahr? Da müssen Sie aber doch zwei Jahre gesammelt haben, oder? Ich hebe alles auf. Ich habe viele Nägel, ich habe 30 Jahre, 40 Jahre schon gesammelt. Ich sammle alles, ich schmeiße sie weg. Sie sammeln, sie sammeln. Ich werfe nichts weg. Wenn wir Erdeschocken haben, dann trockne ich die Blätter und ich hebe alles auf. Die hatten ja noch Tischchen. Ja, da war ein Tisch und ein Schwungrad und dann hat man so getreten. Das war mein Spielzeug früher, da habe ich immer diese, ich habe ja kein Spielzeug gehabt, da habe ich immer diese Maschine laufen lassen. Ich hatte so etwas ähnliches, bei uns gab es eine Mangelmaschine. Genau. Zum Bügel, ne? Zum Bügel. Und da steckte man Tischdecken und Betttücher und so weiter. Und wir haben alles in diese Mangelmaschine gesteckt, also Schokolade und alles. Und es gab immer Riesensauerei. Ich habe es sehr gerne gehabt. Das war mein Atelier früher. Das war das Atelier? Da, ja. Das Beeindruckende ist auch, wie viel es ist. Alleine die Menge von… 73 Jahre. Ja, aber trotzdem. Ich meine, Herr Kiefer, das ist… Und da konnte ich sehr hohe Bilder machen. Zum Beispiel das Bild im Louvre, das habe ich hier gemalt. Ja. Ja. Hier habe ich alles gemacht. Alles richtig gemacht, um es nochmal zu sagen. Nein, nein. Zwei Kompatmente mehr wäre besser gewesen. Ja, ja. Schon gut. Ja, Gewächshäuse oder Orangerie? Ja, Orangerie ist schon ein bisschen mehr ausgebaut. Das ist ja nur… Ja, das ist runde. Nur Glas, ja. Da habe ich mal eine Ausstellung gemacht, die Frauen der Antike. Ja. Und zwar sind das ja Frauen, die kennt man nur aus Zitate von den Männern, ne? Die ganze Dichtung. Und das ist interessant, ne? Darum habe ich die ohne Kopf dargestellt, ne? Ja. 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 Da sind sie. Ja, ja, Irina, Nossis, Kalypso, Olympias, die sind Dichterinnen. Ja. Aber Früne war zum Beispiel keine Dichterin. Früne war eine Hethere. Also hier. Nein, nein, die nicht. Die nicht. Früne war die Hethere und die hat um Theben, mit ihrem Geld, was sie gemacht hat, hat die die Schutzmauer bauen lassen. Ja. Jetzt gehen wir da rein, dann müssen wir von der anderen Seite reingehen. Okay. Das ist jetzt wieder ein Stern. Stern, ja. Wissen Sie, ich habe gestern ganz lange über das, was Sie gesagt haben, nachgedacht. Und eigentlich ist es ein bisschen so, dass die Dinge, die Sie herstellen, gar keine Erklärung brauchen. Bei einem Haiku heißt es, der Frosch bringt in den Teich das Geräusch des Wassers. Ende. Jeder hat das Bild sofort. Ja, ja. Man muss nicht noch erzählen, irgendetwas drumherum. Und so ist das ein bisschen. Ich sage das immer zu Kritikern, wenn die sagen, das ist Erfolgshochschule und so weiter. Ja, das Gegenteil. Das ist überhaupt nicht. Das Gegenteil. Man muss nichts wissen. Nichts wissen. Nichts wissen. Wenn man es weiß, ist es natürlich schon gut. Ja. Ist auch interessanter, man kann dann auch nochmal drehen. Aber im Grunde genommen ist es da. Ja. Punkt. Fertig. Ja. Und manchmal fallen die Stapel um. Die fallen um? Ja, der jetzt nicht. Der ist stabil. Aber der zum Beispiel ist umgefallen. Wenn das Blei sich setzt mit der Zeit, dann gibt es manchmal ein Ungleichgewicht und dann fällt das um. Auch nicht schlecht. Ja, ja, ich habe es gelassen. Ich hatte einen großen Ausschnitt im Grand Palais. Ja. Das war ein Turm. Und da habe ich einzelne Häuser gebaut, wie hier die Häuser. Ja. Und das Grand Palais hinein. Und eine Sache war ein Turm. Ja. Und der war ziemlich hoch. Und dann sah ich, dass es völlig absurd ist. Lächerlich. Ja. Zu wetteifern mit der Höhe des Grand Palais. Und da war ich richtig deprimiert. Der ist so stark. Und dann habe ich einen großen Vorschlaghammer und dann habe ich den attackiert. Den Turm? Ja, das war wunderbar. Und das ist der Turm, der ist dann umgefallen? Das ist der Turm, ja, ja. Und dann wurde er so, wie er umgefallen ist, eins zu eins hierher gebracht. Ich habe dann gesagt, bring den nach Bajac. Allein diese Geschichte ist ein Kunstwerk. Weil ich meine, wer wirft einen Turm in Paris rum und bringt ihn dann so umgeworfen hierher? Ich erinnere mich ziemlich genau bei mir, wie ich das erste Mal einem Pater bei uns die Frage gestellt hat, wie kommt das Böse in die Welt? Ja. Ja. Und das entwickelte sich dann über, ich glaube, drei Monaten immer wieder zu einer Diskussion. Und das war komplett verrückt. Ja, weil es für diese Frage, trotz aller Religion, trotz allen Nachdenkens, gibt es keine Antwort. Es gibt nur mythologische Bilder, der Sturz der Engel und so weiter. Ja. Egal welches Bild Sie nehmen, Sie haben ja immer den Anfang, indem Sie sagen, also wir wissen, dass Böse ist in der Welt. Es gibt Kinder, die Krebs haben. Ja. Oder Naturkatastrophen, wo unschuldige Menschen hunderttausend vorankommen. Und wenn Gott nur gut ist, kann er nicht das Böse schaffen. Ja. Ja, das wird dann... Wie ist das passiert? Und diese Frage an die Religion ist nie beantwortet worden. Die Theodizee. Das ist die Theodizee. Ja, das ist die Theodizee, genau. Ja. Aber es ist so verrückt, dass man als Kind irgendwann mal da drauf kommt und man stellt naiv die Frage und erwartet eine Antwort. Nee, du musst die Tür runterdrücken, dann geht sie auf. Und es kommt aber nichts. Es kommt nur Quatsch. Ja. Am Ende gibt es keine Antworten. Ja. Dafür. Das ist ganz einfach. Na, ich sage immer, da ist ein Konstruktionsfehler beim Mensch. Ja, oder bei Gott. Das können Sie nehmen, wie Sie wollen. Wenn man dann Gott jetzt weglässt, dann... Ja, wer es während gemacht hat, das wissen wir ja nicht, aber... Ja. Ja. Und das ist auch die einzige Haltung dazu, dass wir einfach immer sagen, nee, wir wissen es nicht. Das ist sehr, sehr einfach. Jetzt gehen wir ins Amphitheater. Ja. Ich habe zum Beispiel die Idee gehabt, dass man das Blut von den Wänden abwäscht. Ja. Mit den Dingen und so. Ja, mit dem habe ich ja unheimlich gut gearbeitet. Ehrlich gesagt, man müsste es auch für Lesungen benutzen. Ja. Ich habe hier Konzerte gemacht. Ja. Ja, genau. Das ist perfekt. Hier unten. Jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt sieht man was. Hier unten. Jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt sieht man was. Wir gehen noch höher. Hier ist ein Ausgang jetzt. Waldron, machen Sie mal ein Bild von diesem kleinen Versammel hier. Ensemble, ja. Sollen wir anfangen? Ja. Woraus entsteht Ihre Kunst oder Ihrer Meinung nach alle Kunst? Das ist tatsächlich eine intime Frage. Im Grunde genommen glaube ich, dass die Kunst, und zwar vollkommen gleichgültig welche Kunst, daraus entsteht, dass sich der Künstler oder der Erschaffende mit der Welt unsicher ist. Also Sie können es umdrehen. Wenn jemand ganz sicher in dieser Welt ruht, gibt es für ihn keinen Grund, etwas zu erfinden, also fremde Figuren zu erfinden, um mit denen zu leben oder sowas. Und der tiefere Sinn dabei, sollen wir warten, bis das Flugzeug weg ist. Und ich sage es auf gar keinen Fall jetzt nochmal. Ja. Es ist jetzt vorbei. Nächste Frage. Ich würde es anders sagen. Sagen Sie es. Ja. Ich meine, also ich mache Kunst oder ich lese Gedichte, weil ich glaube, dass die Welt gar nicht existiert. Ich meine, das ist alles eine Illusion. Sie sitzen hier völlig, sie sind eine Illusion für mich. Und erst dann, wenn ein neuer Zusammenhang hergestellt wird, also im Fall von einem Dichter, wenn er die Wörter anders kombiniert oder in meinem Fall, wenn ich die Welt darstelle, wenn ich Punkte, die an sich auseinander liegen, verbinde, also alle Dinge neu verbinde, dann ist das real. Also ich mache Kunst, um real zu sein. Was verbindet sie beide? Etwas, was man nicht auf den ersten Blick sieht, glaube ich. Ich glaube, es ist so, dass wir beide Schönheit in der Reduktion sehen. Also der komplexeste, komplizierteste Sachverhalt auf etwas Einfaches reduziert, das wahr ist in seiner Einfachheit, das macht Schönheit aus. Und das ist, obwohl diese Werke von Anselm Kieferl so riesig sind. Nicht alle, ich mache auch kleine. Machen auch kleine, aber hier jetzt zum Beispiel diese… Ich bin eigentlich ein Meister des kleinen Formats. Ja, das ist ganz klar. Sie sind der Meister des kleinen Formats. Ja, natürlich. Es ist die Reduktion. Und in dieser Reduktion ist die Schönheit und in der Einfachheit. Und das ist, glaube ich, das, was uns verbindet. Kann man das so sagen? Ja, also Reduktion insofern, als ein Künstler andauernd was entscheiden muss. Also er macht ein Bild und dann gibt es 100 Möglichkeiten, wie er das weitermacht am nächsten Tag. Und dann muss er entscheiden, dann muss er das reduzieren auf die eine Möglichkeit, die er dann ausführt. Da gehen 100 andere verloren, aber die eine Möglichkeit muss dann bestehen. Ich glaube, bei mir, im Unterschied zum Schriftsteller, ist der Vorgang noch mehr sichtbar. Ich meine, Sie können natürlich, wenn Sie was geschrieben haben und Sie finden es schlecht, schmeißen Sie das weg. Genau. Und bei mir gibt es das nicht. Ich schmeiße das nicht weg, sondern das steht da als Verzweiflungstat. Und ich kann dann, ich stelle dann die Bilder in Regen oder ich tue sie in das Elektrolysebad rein und zerstöre die so. Und dieser Zerstörungsprozess, den kann man bei Ihnen nicht sehen. Es sei denn, man hat das Manuskript dann später mal, dann kann man das nachvollziehen, aber das ist ja was anderes. Also die vernichten Sie alle. Ja, klar. Ja, weil das ist bei mir auch so, dass ein Satz, der am Schluss in einem Buch steht, ist bestimmt 15 Mal geschrieben. Also jedes Buch wird 15 Mal geschrieben, bis es so ist, dass man das möchte. Das merkt man natürlich, das merke ich als Leser, dass das ein Konzentrat ist. Aber bei mir ist das, was vorher war, noch da. Und es ist auch sichtbar. Ja, ja, sicher. Es ist in Ihren Bildern ja auch sichtbar. Und das ist natürlich der Prozess sichtbar. Und der, wenn man das so überhöht, sagen wir, der intellektuelle Überbau, ja, der Begriff für das Werk, der kommt oft erst später. Ja, also Sie nennen dann ein Werk hier unten in einem der Häuser Valhalla, ja, aber das Valhalla kam bestimmt erst später, nicht während des Schaffens. Ich habe keine Serie gemacht Valhalla, sondern das kommt dann später. Genau, ja. So habe ich es auch verstanden. Es drängt sich dann auf. Ja, genau, es drängt sich auf. Das ist gut, ja, es drängt sich auf. Der Unterschied zwischen uns beiden, ich brauche nur einen ganz kleinen Computer, ja, auf dem ich schreibe. Alles, was ich mache, ist auf einem so winzigen Computer. Während ich mir meine Geschichte, die ich schreibe, während ich die konzeptionell im Kopf habe, ja, den Anfang und das Ende und des bestimmten Regeln folgen muss, damit es nicht langweilig wird, arbeitet der Kiefer, wie ich sie verstanden habe, ganz anders. Das ist kein intellektuelles. Ich habe auch ein Konzept, sonst würde ich nicht anfangen, aber ich werfe das andauernd um, andauernd. Oft nach zehn Jahren mache ich das Bild nochmal ganz anders. Genau. So ein Buch ist irgendwann fertig und das ist Ihr Baby und Sie lassen es los. Genau. Aber ist Ihre Kunst je fertig? Das ist verloren dann. Das ist weg. Verloren. Das geht aus dem Haus und dann lässt sich es tätowieren und all so etwas. Das ist ganz furchtbar. Ich versuche die Bilder nicht sofort in die Welt zu lassen. Also ich habe Container voll alter Bilder von den 60er Jahren noch und für mich sind die eigentlich nie fertig. Aber ein Buch ist fertig, das hat einen Schluss, der gut oder schlecht ist, aber der hat einen Schluss und ich habe keinen Schluss. Und wünschen Sie sich mit einem Werk mal fertig zu werden? Naja, das ist natürlich dann eine Erlösung, aber die tritt nicht ein. Das ist die Hoffnung auf Erlösung. Gestern haben Sie gesagt, Sie möchten 100 werden. Ja, weil das nie fertig wird. Nein, das ist Faust. Ja, also das ist natürlich so. Herr Kiefer möchte den Augenblick erreichen, der verweilen soll. Und dieser Augenblick ist gekommen, wenn das Bild perfekt ist. Und der tritt nie ein. Ja, es wird nie ein. Und deswegen wird Herr Kiefer 140. Es geht immer weiter, er wartet auf den Augenblick. Das Ultimat-Bild, das Ultim-Bild, das will ich. Also bei mir ist es nicht so, dass es nicht das unbekannte Meisterwerk von Balzac ist, sondern das ist immer das Unvollendete. Ja, das habe ich mir ganz simpel gesagt abgeschminkt. So gut bin ich nicht und man wird nie… Aber was abgeschminkt? Ja, den perfekten Text, den gibt es auch nicht. Ja, aber das muss man doch… Also, wenn ich Ihre Texte lese, dann denke ich, da ist so eine Perfektion, da ist so eine kristalline Kälte drin, dass ich denke, das ist nah davor. Also, Sie können wahrscheinlich 60 Jahre von mir sterben, das ist okay. Das ist ja nett von Ihnen. Ich empfinde es völlig anders. Die Sprache, die Wörter sind so exakt und so kalt im guten Sinne. Künstler muss kalt sein. Sarkastisch. Im Angesichts der schlimmen Welt. Ja, Thomas Mann sagte mal an so einer Stelle, das warme Gefühl taugt nichts. Also, bei mir war es so, dass ich die Sachen von Herrn Kiefer immer angesehen habe, wenn ich es irgendwo konnte. Und im Hamburger Bahnhof in Berlin stand ganz lange die Bleibibliothek und… 60 Millionen Erbsen sind da drin, eingedrückt in das Blei. Was? 60 Millionen Erbsen habe ich in das Blei eingedrückt, weil ich war ja damals gegen die Volkszählung, ne? Das ist total irre. Und dann sind die 60 Millionen Erbsen da drin und es hieß Volkszählung. Aber was mich interessiert, also ich muss zugeben, dass mich die technischen Einzelheiten immer sehr interessiert. Woher bekommt man 60 Millionen Erbsen? Die kann man kaufen. Die sind getrocknet, ne? Getrocknete Erbsen. Getrocknete Erbsen. Ich habe die bestellt beim Supermarkt und die habe ich eine Weile gebraucht. Nein, Sie haben die nicht bestellt beim Supermarkt, das glaube ich nicht. Doch! Sie sind unten hier zum Supermarkt gegangen? Nein, in Deutschland war das. Das war in Deutschland. Ja, aber man kann doch nicht in den Supermarkt gehen und sagen, ich möchte 60 Millionen Erbsen. Ja doch, ich habe gesagt, ich möchte 60 Millionen Erbsen, natürlich. Das ist ein bisschen wie Loriot, ich möchte da drei Paletten Toilettenpapier, aber das ist wirklich unglaublich. Das ist so nach Gewicht. Das Werk hat dann fünf Jahre gedauert, ne? Weil dann wurden die in Leim eingelegt, ausgebreitet am Boden und dann das Blei drüber und dann fuhren schwere Maschinen drüber und dann haben sie sich eingedrückt. Sprechen wir mal über diesen Ort hier. Was ist das hier? Das ist mein Spielplatz. Inwiefern Spielplatz? Ich glaube, Sie würde mir da auch zustimmen, wenn wir arbeiten, gehen wir immer auf die Erfahrung der Kindheit zurück. Ja, genau. Also ein Schriftsteller, also wie ich es verstehe, was der schreibt, ist immer eine Transposition seiner Kindheit. Ja. Und ich spiele hier wie ein Kind. Ich bin ja aufgewachsen in Donnerischingen und da war, als ich geboren wurde, in der Nacht wurde unser Haus gebombt und dann hatte ich den besten Spielplatz. Wunderbare Ruine. Und die Steine, die Backsteine habe ich genommen, um Häuser zu bauen. Und es war mein einziges Spielzeug, was anderes gab es nicht. Aber warum auch? Da will man zurück. Also man will ja eigentlich, während man, Sie haben es völlig richtig gesagt, während man schreibt oder während Sie ein Bild machen, geht man zurück in die Kindheit. Und das hier… Ja, und zwar deshalb, weil in der Kindheit hat man keine Bewertungen, ne? Ja, und alle Erfahrungen sind neu. Ja. Das ist das Entscheidende. Ja. Wie nennt man das eine Wachstafel? Ja. Und, also zum Beispiel, ich schaue unheimlich gern die Bilder an der zerbombten deutschen Städte. Das ist für mich die reine Ästhetik. Auch, weil das für mich ein Anfang ist, nicht ein Ende, immer. Ruine ist immer für mich ein Anfang. Und, aber damals habe ich das wahrgenommen, völlig ohne Bewertung, ohne, ohne, und das war für eigentlich damals noch Realität. Und das Tolle hier an diesem Areal, also für mich, ich bin das erste Mal hier, das ganze Areal ist Kindheit. Ja, es besteht aus lauter Sachen, die man als Kind gerne hatte. Ja, es werden Türme gebaut, ja, es werden riesige Bilder gemacht. Den ganzen Tag kann man wunderbare, wunderbare Dinge herstellen. Und das ist das eigentlich. Mir sind diese Ruinen fremd. Ich bin 64 geboren, da gab's keine mehr. Aber, aber dass man, wissen Sie, vielleicht mag ich deshalb dieses Areal so gerne. Der Garten, in dem ich aufwuchs, der hatte auch ungefähr diese Größe, hatte aber nicht diese Ruin, sondern der war, der bestand nur aus Bäumen und Teichen und Brücken und so Zeug, aber es ist im Grunde genommen das Gleiche. Sie sollte eigentlich mal vier Wochen hierher kommen, in irgend so ein Haus gehen, allein, und hier schreiben. Ja, vielen Dank. Ne, mach ich vielleicht wirklich mal, ja. Lieber nicht alleine, aber, aber die Idee ist gut. Ich stelle jetzt nicht die Frage, warum schreiben Sie, die haben Sie zu oft gehört. Ja, danke. Aber, wonach sehen, was wünschen Sie sich denn zurück? Ich kann es völlig nachvollziehen, Sie bauen die Ruinen wieder auf, Sie buddeln, Sie graben, es ist ein Spielplatz. Ja, ich wünsch mir nichts zurück. Aber Sie verarbeiten es. Nein, nein, ich nehme das als Material. Ja. Weil das Material ist unverdorben. Ja. Später kommt die Moral, die Gesellschaft, die Eltern, die einen erziehen wollen. Da wird das alles verdreht. Ja. Und ich gehe zurück auf das Material, was völlig unverdorben ist. Und Sie? Ja, also, die, also, vielleicht muss man es anders sagen. Zunächst ist es so, dass die Idee, es gebe eine glückliche Kindheit, vollkommen falsch ist. Ja. Ja. Das ist so ein Sumarum, dass man sagt, ja, sie hat ja eine glückliche Kindheit. Aber im Grunde genommen ist ja alles in der Kindheit genauso kompliziert wie als Erwachsene. Nur, dass sie es noch weniger verstehen. Ja. Und dass es alles noch größer und komplizierter ist. Aber, ähm, und ich wünsche mir überhaupt nicht meine Kindheit zurück. Ganz und gar nicht. Aber die, 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 die Erfahrung, die man dort macht, und bei mir waren es andere als bei Herrn Kiefer. Ja, bei mir war es vor allen Dingen Langsamkeit und, und, und Einsamkeit und auch Fremdheit. Ja, vor allen Dingen. Das, das ist sozusagen der, der Urstoff, aus dem man alles Weitere entwickelt. Ja. Und man will da nicht zurück. Aber es gibt es eben. Und daraus besteht man. Und man kann, ich glaube auch nicht, dass es überhaupt irgendetwas gibt. Es gibt nie einen Weg zurück. Also die, die ganze Idee der Zeitmaschine, ja, die ja in so vielen Science Fiction, das ist ein vollkommener Blödsinn. Ja, es gibt keinen Weg zurück. Das ist nicht denkbar, ja. Übrigens bei der Zeitmaschine wissen wir, dass es nicht geht, sonst wäre ja schon längst mal einer hier, ja. Also irgendjemand aus der Zukunft wäre längst mal zurückgereist zu uns. Also es wird nie eine Zeitmaschine zurückgeben. Also ich fühle mich als Zeitmaschine. Ja, das ist vielleicht auch die einzig zulässige Form. Ich kann mich, wenn ich bestimmte Dinge mache in meiner Arbeit, dann bin ich auf einmal fünf Jahre alt oder sieben oder zwanzig oder, ich fühle das alles gleichzeitig. Und ich habe das, was Sie jetzt sagten, mit Fremdheit in meiner Kindheit nicht empfunden, sondern nur, ich habe gefragt. Also zum Beispiel, ich bin in Dona Ischingen aufgewachsen und da war dieses Schloss und der Park. Der Park, den durfte man nach dem zweiten Weltkrieg, durften die Öffentlichkeit den Park betreten. Und dann sah ich in der Ferne das Schloss. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich meinen Großvater gefragt, warum habe ich keine Nanni und warum habe ich keinen Chauffeur? Einfache Frage. Aber ich habe mich deswegen nicht fremd gefühlt. Aber ich wollte nur wissen, irgendwas ist da, da ist ein Unterschied. Ich habe immer gelitten, weil ich war in so einem kleinen Zimmer mit Geschwistern und habe immer geträumt von einem richtigen Haus, das so groß ist, dass man die Wände nicht mehr sieht. Ich habe noch eine Frage zu dem Ort. Es gibt natürlich Kiefer-Ausstellungen in der ganzen Welt, aber dieser Ort hier ist nur für Sie. Nee, das ist für Besucher auch. Aber wenige. Haben Sie irgendwann vor, das zu öffnen oder eher nicht? Nee, nee, das wird eine Stiftung sein. Also ich gebe das dem Staat, dem französischen Staat und dann, wenn ich nicht mehr bin, dann kann das besichtigt werden. Ist übrigens der einzig richtige… Sie warten jetzt auf meinen Tod. Nein, 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 das ist, ganz ehrlich, das ist der einzig zulässige Untergrund. Das ist nicht hier die ganze Zeit, aber… Wir essen jetzt, wir essen hier. Habt ihr keinen Hunger? Ein bisserl? Ich bin irgendwie unterbrochen, gar nicht anders. 들어가 einmal… x2 Vielen Dank.